Hey und willkommen zu meinem kleinen Jahresrückblick von meinem Let's Play Kanal. Wer sich für meinen etwas privateren Jahresrückblick interessiert, der kann ja auf meinen Zweitkanal bzw. auf meinen in Anführungsstrichen Real Life Kanal gehen. Da erzähle ich auch so ein bisschen hinter den Kulissen, was ist dieses Jahr so passiert, was habe ich so gemacht und was gibt es so Neues. Das habe ich auch letztes Jahr gemacht, also alle die das schon kennen, wissen ja wie es geht. Alle die es noch nicht kennen, schaut einfach in die Videobeschreibung oder schaut auf meinem Channel vorbei. Da habe ich meinen Zweitkanal sozusagen verlinkt. Und jetzt starten wir auch direkt in den kleinen Jahresrückblick. Ich fange jetzt erstmal an, wie es üblich ist mit den Daten, damit wir das schnell abgehandelt haben und uns dann in den Spieleverlauf bzw. in die, ja ich sag mal so, da reinstürzen können, dass wir uns jetzt schön entspannen und schauen, was gibt es denn, was war denn dieses Jahr so. Also ich wurde dieses Jahr weiterhin von einer Künstlerin unterstützt, die jetzt aber nicht nur die Thumbnails und die Videobeschreibung macht, sondern mich auch in weiteren Dingen unterstützt, wie Entscheidung, was spiele ich, wie könnte ich was umsetzen und so weiter und so fort. Und das entlastet mich sehr. Sie hilft mir auch bei den Beiträgen, die ich mache oder bei Formulierungen oder auch bei Videoideen. Und das unterstützt mich sehr und das ist einfach so toll. Und ich muss ihr einfach danken, deswegen ganz am Anfang, lasst Liebe da für sie. Sie ist auch unten in der Videobeschreibung bzw. ihre Artpage, nenne ich es jetzt so, ist in der Videobeschreibung verlinkt, also schaut da vielleicht auch mal vorbei. Dann, was gab es dieses Jahr für große Neuerungen auf meinem Kanal? Also was heißt große Neuerungen? Ich sag mal so, ich habe im Februar die Monetarisierung ausgeschaltet auf alle meine Videos. Ich weiß nicht, ob sich das groß ausgewirkt hat, dass ihr jetzt weniger Werbung habt oder so. Aber mich hat das einfach selbst so genervt auf YouTube, dass da jetzt so viel Werbung ist, so viel Werbung vor den Videos, so viel Werbung in den Videos. Und dann habe ich einfach mich dafür entschieden oder dazu entschieden, die Monetarisierung mal auszumachen und mal zu schauen, ob das jemandem auffällt, ob das viel Einfluss hat und so weiter und so fort. Und vor allem, weil es mir nicht darum geht, um mit YouTube Geld zu verdienen, sondern ich möchte YouTube aus Spaß machen. Und deswegen mache ich das auch nur dann, wenn ich Zeit und Lust habe und auch nur noch auf Spiele, auf die ich Zeit und Lust habe. Also solche Spiele oder Spielprojekte, wo ich dann auf jeden Fall so und so viele Videos machen muss oder eine Story habe, die mich irgendwann nicht mehr interessiert, werde ich dann irgendwann abbrechen oder halt gar nicht erst anfangen. Das habe ich mir vorgenommen und das hat dieses Jahr auch bisher ganz gut geklappt. Ja, soweit. Dann habe ich dieses Jahr im April auch ein neues Outro bekommen. Das lag an zwei Gründen. Einerseits, weil es mal wieder Zeit wurde und andererseits, weil ich dann auch was Eigenes hatte, was ich überall verwenden kann. beziehungsweise was heißt was Eigenes. Das wurde mir auch freundlicherweise und mit der Unterstützung meiner Künstlerin, naja, was heißt meiner, also der Künstlerin, erstellt. Und ich fand das so süß und so cool. In dem Zuge kamen dann auch im späteren Verlauf des Jahres so neue Einspieler mit Daumen hoch und abonnieren. Die sind auch so mega süß. Und es passt auch alles jetzt so schön einheitlich zusammen mit dem Roten Panda und so weiter. Das hat mich sehr gefreut und ja, die benutze ich jetzt auch schön weiter. Ich habe dieses Jahr 68 Videos gemacht. Das waren jetzt zwei mehr als im vorigen Jahr. Also im Grunde ist da alles relativ ähnlich geblieben. Ich habe mich halt jetzt auf das geeinigt, beziehungsweise für mich jetzt darauf geeicht, dass ich jetzt jeden Samstag ein Video bringe, weil anders ist das einfach nicht so wirklich umsetzbar. Manchmal habe ich ein bisschen Motivation oder jetzt wie im Dezember mache ich auch gerne mal mehr Videos. Aber das bedeutet dann mehr Arbeit, beziehungsweise ich merke es ja, dass das dann auch teilweise sehr kritisch oder knapp wird mit den Videos, wie auch dieses Video. Das nehme ich jetzt wirklich am Tag des Geschehens auf und ich hoffe, dass es noch rechtzeitig online kommt. Das gefällt YouTube vielleicht nicht so ganz, aber ich finde, für mich passt das eigentlich super. Es passt gut in meinen Lebensrhythmus, es passt gut in meinen Jahresrhythmus und es beschäftigt mich, aber es macht mir trotzdem noch sehr viel Spaß. Deswegen finde ich das eigentlich einen guten Rhythmus. Ja, dass das YouTube nicht so gut gefällt oder vielleicht liegt es auch nicht nur an YouTube, vielleicht liegt es auch daran, dass Let's Plays keinen mehr jucken oder dass ich nicht mehr interessant bin oder dass ich einfach nicht mit der Zeit gehe, sprich TikTok-Shorts und was auch immer, Beef, vielleicht ist das ja auch heutzutage so voll in, ich weiß es nicht. Ich bleibe mir treu und mache das halt wie gesagt aus Spaß. Das sieht man aber an YouTube. Ich habe dieses Jahr circa nur die Hälfte an Views und Wiedergabestunden gemacht. Also letztes Jahr waren es noch circa 96.000, dieses Jahr waren es nur 46.000 Views und letztes Jahr waren 5.000 Wiedergabestunden, dieses Jahr nur 2.400. Aber who cares? Selbst wenn nur einer meine Videos schaut und solange es mir Spaß macht, mache ich es weiter. Ich habe auch vor kurzem einen Kommentar bekommen, der schaut, also dieser Kommentarschreiber, der schaut so alle zwei bis drei Jahre mal bei meinem Kanal vorbei, lässt mir einen lieben Kommentar zurück, dass er echt überwältigt ist, dass ich mir treu bleibe und dass ich immer noch Videos mache. Und das hat mir einfach gezeigt, wie cool das ist. Ja, von den Abonnenten her hat sich eigentlich nicht viel getan. Ich habe plus minus immer wieder gemacht und bin jetzt im Endeffekt am gleichen Stand wie am Anfang des Jahres. Aber wie gesagt, who cares? Das viel Wichtigere ist jetzt die Kommentare, die ich dieses Jahr bekommen habe. Da sind mir auch einige Namen im Gedächtnis geblieben. Und bevor ich die jetzt falsch ausspreche oder falsch vorlese oder mich in ein Fettnäpfchen setze, weil wie auch immer, werde ich die jetzt mal hier einblenden. Das sind nur einige Namen, aber die sind mir halt so extrem im Gedächtnis geblieben, beziehungsweise die, wenn die aufblöppen, dann erinnere ich mich noch an den letzten Kommentar, so richtig, als wäre es vor einer Sekunde gewesen. Wisst ihr, wie ich das meine? Als wäre man in so einem Gespräch. Und das macht einfach richtig Spaß. Also es sind ungefähr, ich habe jetzt nur die Hauptkommentare gezählt, ohne die Unterkommentare oder Antwortkommentare oder so, aber es waren etwas mehr als 130 Kommentare und das ist eigentlich das, für was ich das mache. Es sind oft Kommentare dann, dass die Videos gefallen haben, dass es spannend war, dass irgendjemand sich in Nostalgie verloren hat wegen meinen Epic Let's Plays, ist, dass er sich freut, dass ich ihm irgendwie den Tag versüßt habe und das ist das, was eigentlich das Coolste ist. Ich habe dieses Jahr auf dem Kanal 17 Beiträge veröffentlicht und da waren auch unter anderem Umfragen dabei und da hatte ich auch eine Umfrage, da haben einfach neun Leute mitgemacht. Und wer, also da sehe ich ja nicht, wer das war und das ist so cool, so Interaktion mit den, mit euch, mit meinen Zuschauern, mit den, ja, mit den Zuschauern sozusagen, mit euch, das ist einfach so cool. Ja, so viel zu den ganzen Fakten, das war jetzt relativ schnell abgehandelt und jetzt würde ich einfach sagen, ich gehe jetzt mal rein und fange jetzt erst mal mit den Spielen an, die über mehrere Monate liefen beziehungsweise, ja, was lief denn eigentlich dieses Jahr? Im Grunde ging über das komplette Jahr von Januar bis Dezember lief Minecraft, also mein Projekt mit Minecraft Hardcore als Pazifist. Mir macht es relativ viel Spaß, weil es mich immer mal wieder vor neue Herausforderungen setzt und einfach ganz einfach, also was heißt ganz einfach, es ist schön entspannend zu spielen, man kann es mal schnell aufnehmen, man muss jetzt nicht die Welt verreißen und so weiter und so fort. Was jetzt da ein bisschen schwierig ist, ich bin jetzt an einem Punkt angekommen, wo die meisten Sachen einfach unglaublich lange brauchen beziehungsweise unglaublich schwer umzusetzen sind und deswegen spiele ich da auch sehr viel offline beziehungsweise ohne Aufnahme oder ja gut, oft lasse ich die Aufnahme trotzdem mitlaufen, verwerfe das aber alles, weil es passiert dann doch nichts, zum Beispiel baue ich einen ganz langen Gang im Nähter oder ich baue irgendein Gebäude auf oder ich mache einen Felsen weg oder so. Ist dann nicht sehr spannend für die Folge, aber das sind dann halt Großprojekte, die einfach Zeit brauchen und ja, außerdem gehen mir nach und nach ganz langsam die Ideen aus, was ich noch so machen könnte, aber trotzdem, es hat das ganze Jahr über funktioniert und auch immer mit der leichten Angst, dass ich sterben könnte, wobei die durch die Diamantrüstung jetzt eigentlich ist die Gefahr so gut wie nicht mehr groß vorhanden. Wobei manchmal kann es schneller gehen, als man glaubt, weil im April habe ich ein Video gemacht, zum 1. April, haha, hi, hi, wie ich in Minecraft sterbe und das war im Grunde ein Backup, wo ich dann sozusagen gestorben bin und das ging relativ zügig. Also wenn man auf die richtigen Gegner trifft, kann das rackzack gehen oder wenn man einmal in die Lava fällt und nicht mehr rauskommt, zack, ist vorbei. Ja, soweit. Dann habe ich im Januar, Februar, März bis Ende Juni lief noch das Let's Play What the Golf weiter. Das hat auch sehr viel Spaß gemacht, auch wenn es gegen Ende hin irgendwie voll abgespaced wurde und teilweise extrem schwer diese, also um immer die Flaggen zu bekommen beziehungsweise die Kronen und dann habe ich im März, also Januar, Februar, März sozusagen noch das Stanley Parable angefangen. Das ist auch so ein ganz lustiges Spiel gewesen. So komplett abgedreht und irgendwie auch ein bisschen mystisch, aber eigentlich lustig und komplett abgedreht. Im Grunde war das das allererste Spiel, das ich, das hatte glaube ich deutschen Untertitel, aber war im Grunde auf Englisch mit meinem deutschen Commentary und ja, ich habe da jetzt auch weitere Spiele schon im Blick, die in diese Richtung gehen. Ich glaube, ich hatte da ja auch schon mal ein Spiel, was in diese Richtung geht. Das müsste letztes Jahr gewesen sein, oder? 20 Minuten später. Also ich habe versucht nachzuschauen, aber irgendwie finde ich dazu nichts. Aber das ist ja eigentlich auch irrelevant, weil ich weiß, dass ich noch mindestens zwei Spiele habe, die in eine ähnliche Richtung gehen, komplett abgespaced und verrückt sind, aber irgendwie richtig cool. Und auf die freue ich mich schon. Die möchte ich eventuell beide nächstes Jahr anspielen oder durchspielen. Oder wie auch immer, je nachdem. Und da freue ich mich schon sehr drauf. Das sind so ein bisschen Rätsel, aber auch lustig, aber auch komplett abgedreht. Wenn ihr das Spiel gesehen habt, dann wisst ihr, was ich meine. Und dann im Juli bis September hatte ich noch ein Spiel, das habe ich erst als Demo-Version angetestet. Das hatte ich im April als Demo-Version angetestet, als Oster-Video. Dann im Juli kam es dann als Voll-Version und das habe ich direkt gespielt. Das war Planet of Lana. Und das war so ein schönes Spiel. So schöne Musik, so schöne Art-Werk-Sachen. Nennt man das so? Also schöne Bilder erzeugt hat das Spiel. Und es war auch so herzzerreißend und hat richtig mitgefiebert. Und es war jetzt nicht so wie Limbo oder Inside. Also darauf, ich habe es damit verglichen am Anfang, aber es war nicht so schwer wie die beiden Spiele. Und es war so ein kleines 2D. Ich glaube, das ist 2D-Rätselspiel. Puzzle-Rätselspiel. Und das hat so viel Spaß gemacht. Ach ja, da denke ich gerne zurück. Und ich glaube, das möchte ich auch noch mal so für mich privat spielen. Ja. Das war richtig. Von solchen Spielen hätte ich gerne mehr. Weil wenn die zu schwer sind, dann sitzt man da die ganze Zeit nur und ich weiß gar nicht, wie es weitergeht. Ja, aber das hatte so eine richtig schöne Balance. Da waren ein, zwei Elemente drin, die ich erst später herausgefunden habe. Da habe ich schon rumgestruggelt. Aber so im Großen und Ganzen war das richtig cool. Dann kommen wir jetzt zu den etwas kürzeren oder, ja, was heißt, Special-Videos. Also die Videos, die ich nur ein- bis zweimal gebracht habe. Das war nämlich, im Januar wollte ich eigentlich ein altes Spiel aus meiner Kindheit spielen. Das habe ich dann auch später im Jahr noch mal versucht, über andere Wege, als ich dann ein bisschen schlauer war, noch mal zu starten. Aber das hat einfach nicht funktioniert. Deswegen gab es im Grunde leider nur so ein Ersatzvideo, wo ich die Audiodateien eingeblendet habe, wer sich noch daran erinnert. Und zwar ging es um Lego Drone Racers. Das ist einfach, das habe ich als Kind gespielt und da ist sehr viel hängen geblieben, weil da konnte man Lego Autos optimieren, sozusagen fast wie bei Need for Speed. Also andere Reifen dran, dann hatte man andere Stats und dann musste man gucken, welches Auto geht jetzt für welchen Track am besten. Das hätte ich schon gerne gespielt, aber es hat leider nicht funktioniert. Ich habe es einfach nicht zum Laufen gebracht. Im Grunde über das ganze Jahr. Wenn ihr da eine Idee habt, gut, ich habe auch nie groß erklärt, warum es nicht funktioniert, aber wenn ihr da eine Idee habt, wie man das zum Laufen bringen könnte, ohne sich jetzt Windows 7 oder Windows Xperia herunterzuladen, weil darauf habe ich jetzt echt keinen Nerv, dann wäre ich sehr zufrieden, wenn ihr mir das mal mitteilt oder so. Naja, dann ja im April, 1. April, hi hi ha 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 hi ha ha, dieses Minecraft-Tot-Video und im Grunde als Osterspecial die Demo-Version von Planet of Lana, was eigentlich auch richtig cool war. Und dann kam im Juni das erste Video zu der Vollversion. Dieses Jahr gab es nur zwei Epic-Let's Plays und zwar einmal im August über meinen Geburtstag und auch den Kanalgeburtstag hinweg und zwar Bibi Blocksberg, das verhexte, nein, das vertauschte Hexkraut, nicht das verhexte Tauschkraut. Ja, das war eigentlich auch richtig cool, hat richtig viel Spaß gemacht. Ja, wie schon gesagt, das waren dieses Jahr nur zwei und zwar das zweite war dann im Dezember Rabe Rudi im Frierland oder die Glitzermanden vom Frierland. Aber, ja, es darf ja auch mal ein Jahr geben, wo nur zwei Epic-Let's Plays kamen. Es lag jetzt daran, dass einerseits für diese Epic-Let's Plays muss aus meiner Sicht alles stimmen. Also, ich muss in der richtigen Stimmung sein, es muss entsprechend viel Zeit sein und es muss auch aus meiner Sicht zu einem Event passen in dem Jahr. Natürlich gibt es einige, die wünschen sich mehr und ich hätte auch noch einige auf der hohen Kante liegen, aber da muss ich immer mal schauen. Ich möchte jetzt auch nicht so inflationär, die sollen ja auch was Besonderes sein. Dann habe ich im Oktober, man merkt, es sind nicht allzu viele Spiele, weil ich teilweise in einem Monat nur vier Videos bringe, weil jeden Samstag sind meistens nur vier. Aber trotzdem, im Oktober habe ich dann die Demo von Pac-Lin gespielt und das war richtig gut, weil ich mir dann im Nachhinein die Vollversion gekauft habe und dieses Spiel habe ich, da habe ich, glaube ich, nur drei oder vier Videos gebracht, habe das aber privat echt fast zu Tode gesuchtet. Es ist so ein tolles Spiel, das macht einfach so viel Spaß. Es ist im Grunde, dass man dann sich nach und nach upgradet und immer weiterkommt. Also vom Spielprinzip wie The Binding of Isaac, man kriegt immer neue Items und gradet sich ab. Ich habe einen Dungeon-Scroller? Ich weiß gar nicht, ob man das so nennt. Ich habe keine Ahnung. Aber im Grunde ist es so, das Spielprinzip. Deswegen ist es am Anfang dann immer, wenn man dann wieder so komplett schwach ist, etwas viel Überwindung, bis man dann wieder stark ist. Aber bei diesem Spiel hatte ich das Gefühl, so sehr schränkt mich das nicht ein. Das hat einfach so viel Spaß gemacht. Also ich spiele es auch jetzt, also jetzt nicht nebenbei, aber jetzt noch so. Das macht einfach so viel Spaß. Und auch die anderen Charaktere dann hochzuleveln und diese Herausforderung, wenn man dann, wenn das pro gewonnene Run schwerer werden kann. Und ach, das macht einfach, und dann immer die verschiedenen Orbs und das macht einfach viel Spaß. Ach ja, cool. Und das sieht auch lustig und süß aus. Das ist wirklich... Und wenn man dann einen Schuss bekommt mit über 9000 Angriff und diesen Drachen am Ende mit einem Schuss kaputt macht, ach, das ist einfach eine Herung... Also das ist einfach... Ach, cool. Und man denkt dann so, boah, krass, zehn Bomben auf einmal, krass, ui. Also es gibt halt auch so viel Kombination von diesen Sachen, die man dann bekommt, also diesen Upgrades und dann kommt immer wieder was anderes raus. Das ist einfach cool. Ja, im Oktober, um jetzt mal weiter voranzugehen, kam auch im Grunde ein kleines Halloween-Special. Also, das war eher ein Witz, aber es war... Ich, ich, jedes Mal, wenn es um sowas geht, schaue ich meine Bibliothek, meine Spielbibliothek nach, schaue im Internet nach und denke mir jedes Mal, nee, 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 das nicht, das auf keinen Fall, nee. Und dann denke ich mir, ja toll, die Spiele will ich alle nicht, weil sie schon von den Bildern her mir einen Grusel im ganzen Körper ausbreiten lassen. Und dann, äh, und dann ist es auf Mother is gone, oder gone, oder Mutter ist gegangen, ist weg. ein Online-Pixel-Grafik-Spiel rausgelaufen, das eher, naja, schwierig und nervig anstatt gruselig war. Für mich war es trotzdem im ersten Moment, wo ich noch nicht wusste, um was es geht, sehr gruselig, aber dann habe ich gemerkt, ah, darum geht es und dann war es eher, ja. Das habe ich auch versucht, offline nochmal, also sozusagen, offline bedeutet bei mir ohne Aufnahme nochmal, weiter zu spielen oder fertig zu spielen. ah, das ist einfach so schwer und eigentlich auch überhaupt nicht gruselig. Aber trotzdem, also andere Spiele kann ich einfach nicht spielen. Beziehungsweise, ich kann schon, aber dann breche ich nach einer Minute ab und sage, nee. Oder schon beim Installieren sage ich, nee, m-m. Jetzt bin ich eigentlich fast schon am Ende. Im November kam noch ein Special zu St. Martin, da habe ich auf meinem Zweitkanal ein Video gebracht, wie St. Martin für mich als Kind war und was wir da so gemacht haben und hier habe ich sozusagen ein St. Martin-Quiz gespielt und das fand ich eigentlich ganz, ganz interessant, weil da war ein bisschen, also ein bisschen Bildung mit dabei, also Bildungsauftrag check. Ja, hat eigentlich auch ganz viel Spaß gemacht und dann kam im Dezember noch relativ viel, weil ich da auch für die Adventssonntage noch ein Video bringen wollte und jetzt auch noch mal für Weihnachten und jetzt auch noch mal für Silvester. Also im Grunde Pecklen, die Vollversion, Rabe Rudi, das war auch ein Spiel, was ich als Kind gespielt habe. Das ist nicht nur ein Epic-Let's Play, was ich dann bekommen habe, was in die Kategorie Epic-Let's Play reinpasst, sondern auch ein Spiel wirklich aus meiner Kindheit. Das hat auch ewig gedauert, als, ich weiß nicht, ob ich das erwähnt habe, aber diesem Spiel bin ich so lange hinterhergerannt, um das endlich zu bekommen. Das gibt es fast gar nicht auf dem Markt. Das ist richtig krass, wie so einzelne Spiele so komplett fast nicht mehr verfügbar sind. Noch nicht mal auf Ebay oder Rebuy oder was weiß ich. Ja, und dann jetzt, also Pecklen, die Vollversion und dann am Ende des Jahres dieses Video zu Silvester, also mein Silvester-Special, mein Jahresrückblick. Ja, soweit. Für nächstes Jahr habe ich im Grunde nichts geplant. Werde ich auch noch nichts planen? Also da, also im Grunde habe ich schon was geplant. Ich habe ja zwei, also es werden wahrscheinlich wieder Epic-Let's Plays kommen. Ich werde Minecraft erst mal weiterspielen und vielleicht den Pecklen reinschauen, nochmal, ob ich da nochmal ein Video bringe. Und habe auch, wie gesagt, ähnliche Spieler wie das Stanley Parable, die so einen Kniff drin haben, die irgendwie abgespaced sind, habe ich zwei Stück im Blick, die ich mir gerne anschauen wollen würde. Und vielleicht gibt es ja weitere so Spiele, wie ich auch dieses Jahr entdeckt habe, wie Planet of Lana, wo ich erst die Demo hatte, oder Pecklen, wo ich erst die Demo hatte und dann das Hauptspiel gespielt habe, die mir so gut gefallen haben. Ich nehme an, da gibt es bestimmt auch was. Und wenn nicht, ja, werde ich auch andere Spiele finden. Also ich habe mal vor, einfach weiterzumachen, wie bisher. Ja, ansonsten hat es mich gefreut, dass ihr bis jetzt dran geblieben wart und es freut mich auch immer wieder von euch Kommentare zu lesen. Wünsche euch noch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bleibt gesund. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr so dieses Jahr gespielt habt oder was ihr, was bei euch so los war, wobei ich euch bitten würde oder was heißt bitten, aber wo ich, ich würde sagen, wenn es irgendwas ums Privatere geht oder wie euer Jahr so verlaufen ist, könnt ihr ja das unter mein anderes Video, ja, ich mache jetzt Cross-Promo die ganze Zeit, Werbung für das andere Video, aber da könnt ihr das ja dorthin schreiben, würde mich sehr freuen und dann würde ich sagen, haut rein, bis auf ein nächstes Jahr, feiert schön und bis denne. Cheerio! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.